Herzlich Willkommen beim 0-9 Minuten Podcast. Mein Name ist Jan von Heusen, Journalistikstudent der TU Dortmund und nun erfahrt ihr das Wichtigste aus der vergangenen Woche des BVB. Die erste Minute der Nachspielzeit. Es ist kurz vor der Pause. Borussia Dortmund führt verdient mit 0-2 gegen den SV Werder Bremen. Alles scheint für die Borussia zu laufen, bis Marcel Sabitzer den Bremer Weiser von hinten umgrätscht. Schiedsrichter Aytekin zögert keinen Moment und zeigt die rote Karte. Obwohl Sabitzer Weiser nicht mit gestreckter Sohle foulte, sah der VAR hierin keine klare Fehlentscheidung und griff nicht ein. Ab da war der BVB nur noch zu zehnt. Nach der Pause setzte Trainer Terzic voll auf Defensive. Er wechselte malend für Hummels aus und in der 65. Füllkrug für Özcan. Der BVB kämpfte, mauerte und ließ sich kaum anmerken, dass sie ein Mann weniger waren. Die Bremer haben jedoch auch nicht viel gezeigt, bis auf das Tor in der 70. Minute durch Nijma. Borussia Dortmund schaffte es, diese Führung bis zum Schluss zu halten. Drei verdiente Punkte in einem Spiel über 45 Minuten in Unterzahl. Gegen Bremen zeigte der BVB, dass sie bis zum Schluss kämpfen können. Dies erfreute viele Fans, denn Kampf sah man in den vorherigen Spielen kaum. Eine Leistung, welche Mut auf die kommenden nächsten beiden Spiele macht. Nun zu den Statistiken. Die Dortmunder liefen sieben Kilometer weniger als die Bremer. Mit einem Mann weniger ist das jedoch verständlich. Beim Ballbesitz waren die Borussen jedoch vorne mit 55 zu 45 Prozent. Aufs Tor schossen die Dortmunder dreimal weniger als die Bremer. 13 zu 16 Torschüsse insgesamt. Die schlechteste Note vom Kicker bekam Niklas Füllkrug mit einer 4 minus. Die beste Note bekam Daniel Mahlen mit einer glatten 2. Das nächste Spiel ist am Mittwoch, den 13.03. um 21 Uhr zu Hause gegen den PSV Eindhoven. Dieses Spiel wird auf DAZN übertragen. In der Bundesliga spielen die Dortmunder am Sonntag, den 17.03. Anpfiff ist um 17.30 Uhr zu Hause und da trifft der BVB auf Eintracht Frankfurt. Diese Partie wird ebenfalls von DAZN gezeigt. Nun die Stimmen zum Spiel. Der Sportdirektor Sebastian Kehl sagte, wir haben ein erneut schwieriges Auswärtsspiel gewonnen. Eine Gesamtbewertung zu treffen ist schwierig, da wir zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten gesehen haben. In der ersten sehr dominant, mit sehr viel Spielkontrolle, einigen Chancen und tollen Toren. Wir hatten das Spiel komplett im Griff. Dann kam die rote Karte und somit war klar, es wären 45 Minuten, in denen wir leiden, in denen wir gut verteidigen und kämpfen müssen. Das haben wir über weite Strecken gut gemacht und damit auch einen wichtigen Schritt nach vorn. Niklas Füllkuck sagte, wir haben es in der ersten Halbzeit so gut gespielt, wie man es spielen kann. Wir haben sehr viel Ruhe bewahrt, den Gegner laufen lassen. Wir hatten gute Angriffe, haben die aber nicht immer sauber zu Ende gespielt. In der zweiten Halbzeit galt es, das Ergebnis zu verwalten. Die Jungs hinten haben einen Top-Job gemacht. Regeltechnisch ist die rote Karte okay. Fußballerisch, nein. Es ist die Regel, wenn der Treffer oberhalb des Knöchels ist. Aber die Dynamik war nicht so da, dass er eine Verletzung in Kauf nimmt. Ich habe mich gefreut, verabschiedet zu werden. Es war etwas Besonderes. Ich genieße es sehr, für den BVB zu spielen. Ich freue mich, für zwei so tolle Vereine in meiner Karriere zu spielen oder gespielt zu haben. Nun zu den News. Erneute Gerüchte rund um Nagelsmann-Wechsel zum BVB. Wie Sky-Reporter Florian Plettenberg berichtet, steht Julian Nagelsmann definitiv auf der Liste des BVB. Eden Terzic Zukunft als Trainer des BVB sei ungewiss. Watzke soll viel von Nagelsmann halten und sich vorstellen können, dass er zum BVB passt. Nagelsmann ist derzeit Bundestrainer und hat noch einen Vertrag bis zum Sommer. Bis zur EM möchte er eine Entscheidung treffen. Auch das Ausland ist eine Option für ihn. Borussia Dortmund zeigt Interesse an VfB-Spieler Führig. Laut Sky-Sport-News soll BVB an Chris Führig interessiert sein. Der 26-jährige Linksaußen ist jedoch noch bis 2028 am VfB Stuttgart gebunden. Der gebürtige Kastropper hat derzeit einen Marktwert von 17 Millionen Euro. Eine Ausstiegsklausel soll bei 20 Millionen liegen. In dieser Saison sammelte Führig bereits 14 Scorer-Punkte. Sven Mislintat wird für eine Position beim BVB in Betracht gezogen. Wie Sky-Reporter Patrick Berger schreibt, soll Mislintat ein Kandidat für den Posten als sportlicher Direktor des BVB sein. Der gebürtige Dortmunder war zuletzt als technischer Direktor bei Ajax Amsterdam und ist derzeit vereinslos. Beim BVB war als Chef-Scout für Transfers wie Dembele, Kagawa oder Aubameyang verantwortlich. Der BVB verfolgt Geheimplan, um Sancho zu halten. Die Sportbild berichtet, dass Jadon Sancho nicht zu United-Trainer Eric Ten Hag zurückkehren möchte. Der BVB möchte Sancho auch gerne über den Sommer hinaus binden und hat daher einen Plan. Er soll eine weitere Saison ausgeliehen werden oder für Daniel Mahlen getauscht werden. Laut Berichten liebäugelt Mahlen mit einem Wechsel in die Premier League. Füllkrug als einziger Dortmunder für die kommenden Nationalspiele nominiert. Trotz zuletzt schlechten Noten des Kickers wurde Füllkrug für die Spiele des DFB nominiert. Kein weiterer Dortmunder steht derzeit im Aufgebot von Julian Nagelsmann. Sabitzer wird auch gegen den FC Bayern München fehlen. Nach seinem Platzverweis am letzten Samstag wurde Sabitzer nun auch vom DFB gesperrt. Zwei Spiele wird er mindestens den Dortmunder fehlen. Der BVB hat auf eine mildere Strafe gehofft. Niederlage für die zweite Mannschaft des BVB. Am Samstag verlor die Zweitvertretung mit 0 zu 2 gegen Arminia Bielefeld. In der dritten Liga stehen sie damit auf dem sechsten Platz. Die Siegesserie der U19 reißt gegen den 1. FC Köln. 1 zu 1 unentschieden. Das war das Endergebnis am Sonntag. Es ist das erste Unentschieden der gesamten Saison für die U19. 18 Spiele gewann die U19 bereits. Nur in einem ging sie als Verlierer vom Platz. Sie bleiben jedoch klarer Tabellenführer mit 20 Punkten Vorsprung vor den Schalkern. Nun zur eigenen Meinung. Seit längeren haben die Fans des BVB mal wieder ein Spiel erleben können, in welchem die Mannschaft wirklich gekämpft hat. Man hat schon von Anfang an gesehen, dass sie mehr Energie ausstrahlten bzw. gezeigt, dass sie etwas reißen möchten in dem Spiel. Und sie haben gut gespielt. 2-0 geführt. Und dann kam es erst natürlich zu der Aktion von Sabitzer, welche im Nachhinein ein bisschen unnötig aussah. Und für mein Empfinden auch keine rote Karte, weil er halt mit der Sohle ihn nicht umgegrätscht hat. Aber man muss natürlich auch zu Aitikin sagen, er sieht, wie er schnell halt ihn umhaut. Er ist nah dran. Er kann das natürlich nicht 1-1 direkt am Fuß sehen, wenn er jetzt den Fuß nicht fokussiert hat. Den einzigen, den man hier kritisieren könnte, wäre meiner Ansicht nach der VAR. Weil der eigentlich hätte sehen können, schau mal, die Sohle wurde nicht benutzt. Die Stollen haben sein Knöchel nicht berührt. Aufgrund dessen muss es keine rote Karte sein. Man kann natürlich darüber diskutieren, dass man diese rote Karte trotzdem geben kann. Das ist keine Frage. Aber für mich wäre es keine rote Karte gewesen. Ich finde auch die Wechseltaktik Terzic ein bisschen fraglich. Dass der Mahlen kurz nach der Pause ausgewechselt hat für Hummels, habe ich nicht verstanden. Er war der Beste auf dem gesamten Platz. Man kann natürlich verstehen, dass er defensiver agieren möchte, weil sie halt nur noch zu 10 spielen. Aber den besten Mann vom Platz zu nehmen dann für Hummels? Ich weiß nicht. Er hat auch in vorherigen Spielen gezeigt, dass er so eine Defensivtaktik, eine Maurungstaktik, sag ich mal, jetzt verfolgt. Nur manchmal dann in Spielen, wo es nicht so verständlich war. Wo man halt nicht geführt hat oder vielleicht sogar verloren hat. Und ich finde es auch fraglich, dass Hüllkrug bis jetzt immer noch Stamm spielt. Seit den letzten Spielen hat er mehrere schlechte Noten bekommen. Er hat auch definitiv nicht gut gespielt, wird aber trotzdem von Anfang an eingesetzt. Und Mokoko bekommt weiterhin kaum eine Chance. Nur für ein paar Minuten. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zur nächsten Woche.